Sie sind voller Sünder. Befreit Sie, damit Sie meine Liebe spüren. Scheiße. Jetzt ist er frei. Jetzt ist er frei. Sucht nach Versprengten. Sie führe uns. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der neuen Runde The Last of Us. Was ihr gehört, was Lilly getan hat? Hab ich. Eine Schande. Aber nicht überraschend. Aber ihre Schwester. Ich war schockiert. Ihre arme Mutter. Aber sie hätte merken müssen, dass was nicht stimmt. Wir müssen heute ganz leise sein. Beim letzten Mal haben wir zum ersten Mal unsere Erfahrungen mit den Skars gemacht. Ich schätze mal, das sind die Skars. Und das sind abgesprochen gute Bogenschützen. Hab ich festgestellt. Oh, hinter mir. Also, deswegen möchte ich denen nach Möglichkeit auf dem Weg gehen. Ich möchte nicht, dass die mich finden, weil die tun weh. Also werde ich mal versuchen, deren Lager so weit es geht zu umgehen. Mit ein kleines bisschen Glück schaffen wir das. Aber ich befürchte, früher oder später werden die Lumpen mich auch entdecken. Ich hoffe, wir überleben das Ganze dann. Das Problem an der ganzen Kiste ist, ich habe echt immer noch keinerlei Ahnung, wo ich überhaupt hin will. Hier geht es mal weiter und hier stehen Gegner. Also, möglicherweise bin ich gar nicht so sehr auf dem Holzweg. Wenn ich die jetzt irgendwie sneaky wegmachen könnte. Oben vielleicht. Oh, die sehen mich, wenn ich ziele. Oh, die kommen genau hierher. Ei, ei, ei. Oh, da ist eine blöde Wurzel. Nicht da drüber. Oh, das ist knapp. Das ist... Puh, 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 puh. Knappes Ding. Okay. In dem Fall müssen wir die gleich gar nicht wegmachen. Ich habe schon wieder die Taschenlampe an. Ei, ei, ei. Ich muss das wirklich bei Gelegenheit mal umbelegen. Das ist ja mega nervig. Okay. Das schaut nicht schlecht aus hier. Mal einen Kollegen. Oh, mach den weg, Eddie. Sehr schön. Es dauert schon echt lang, bis der Bogen gespannt ist. Aber wenn er gespannt ist, dann tut er auch dementsprechend weh, selbst wenn man nur Körpertreffer landet. Wir haben jetzt sonst aber niemanden hier, der uns entdecken könnte, oder? Oh, fancy. Das möchte ich haben. Auch wenn ich meine aufgewertete Waffe jetzt verliere, aber... Das klingt schon cool aus. So. Machen wir dich weg. Nice. Oh, dich habe ich nicht gesehen. Oh, oh, oh. Hast du mich gesehen? Ja, du hast mich gesehen. Nein. Oh, mit dir eben. Aua. Die weg. Oh, ja, die Waffe kann was. Da kraxeln wir mal rein. Aua, aua. Oh, helf. Helf. Sehr gut. Das können wir gebrauchen. Ah, da kommen sie schon hoch, die Dunken. Oh, da stehen wir nächsten. Ach, du Schande. Ah, die tun aber auch weh. Können wir hier heilen? Lass der mich hier heilen? Nein, natürlich nicht. Aua, aua. Ja, okay. Das war jetzt vielleicht nicht so der optimalste Punkt für den Medkit. Aber wir sind, glaube ich, ein Stück weitergekommen, oder? Ja, genau. Wir sind unterhalb vom Haus. Perfekt. Das heißt... Oh, der Macheten-Schorsch ist nicht mehr da. Schade, dann bleiben wir bei der Axt. Okay, dieses Mal lassen wir die unten einfach in Ruhe. Und kraxeln direkt nach oben. Jawohl. Wir nehmen wieder unsere beiden Schokoriegel mit. Das ist gut. Und ich schätze mal, up is the way, oder? Ja, da oben haben wir neue Gestalten stehen. Oh, die sind viel weiter oben noch. Hm, die sind gar nicht hier. Oder? Wo irgendwer sieht mich von irgendwo. Und ich hätte immer nur wüsste, von wo. Schnell ins Gras. Das ging ja bisher erstaunlich gut. Kann ich dich wegmachen vielleicht? Bist du da alleine dahin? Ich seh mal sonst niemanden. Die anderen beiden Lumpen sind da unten. Die wollen wohl auch nicht hier hoch, wie es scheint. Das wär ja gut. Sobald du dich wieder umtest, probieren wir das, würde ich sagen. Oder kommst du hierher? Wir haben eine Schalldämpfer, warum? Ah, nein, es fehlen Lappen. Kage. Am liebsten wär's mir, wenn ich mich ja nicht ranschleichen könnte. Und ich einfach so wegmachen könnte. Ups, nicht mit der Shotgun, nicht mit der Pistole. Die hat aber auch gute Augen hier, das gibt's nicht. Und? Verflucht. Oh nein, du hast das überlebt. Okay, dann hab ich zu tief gezielt. Schande. Und sie hat natürlich Alarm geschlagen. Die wissen jetzt, dass ich da bin. Oh, da kommt da schon der Lump. Ellie, geh in Deckung. Kann ich? Na, nein, ihr wisst genau, wo ich bin. Na gut, okay, dann müssen wir kämpfen. Oh, das war ein schneller Kampf. Wie sind die Leute stark? Das gibt's nicht. Ja, okay, also erwischen lassen ist vielleicht nicht die beste Idee. Wo starten wir? Oh ja, ideal. Wir haben ja quasi keine Zeit verloren. Perfekt. Dann machen wir dich jetzt einfach zügiger weg. Auto. Oh nein, das hat jemand gesehen, oder was? Das kam vielleicht von da drüben. Wer hat das denn jetzt gesehen? Und von wo? Da ist doch gar niemand. Alles genau absuchen. Da draußen ist jemand. Ich versuch das jetzt einfach und leg mich hier auf die Pirsch. Ich bin ein bisschen abseits von dem Punkt, an dem ich geschossen hab. Vielleicht kann ich hier die Pappnase ein kleines bisschen austricksen. Ja, genau. Geh einfach weg da. Geh woanders hin. Ja, du auch. Weg mit euch. Braucht eh keiner, dass ihr hier rumlungert. Nur dieses Gepfeife. Also das gibt mir schon auch ein bisschen auf die Nerven. Ihr habt nicht das geringste gesehen. Na toll, aber jetzt habe ich statt der einen da oben, habe ich jetzt halt zwei Pappnasen da oben rumstehen. Soll ich dich da hinten vielleicht ausschalten, während die da vorne suchen? Nee, das ist glaube ich nicht wert. Du gehst eh nach da hinten, oder? Ja. Ich habe keinen guten. Nee, sehe ich nicht. Das mit dem Gras ist, so realistisch das sein mag, durchaus lästig gelöst. Dass man da selbst beim Ziel nicht durchsieht. Aber okay. Ja, wie gesagt. Es soll ja wohl so sein. Wenn ich im Gras liege und einen Bogen spanne, dann sehe ich ja auch nicht durch jeden Halm. Wenn ich mich da jetzt einfach... Habt ihr mich gesehen? Oder habt ihr nur so getan, als ob... Also, die haben mich gehört. Das ist gut. Oh, da ist das Gras wieder ein kleines bisschen höher. Ich hoffe, dass ich jeden Moment entdeckt werde. Aber ich glaube, jetzt bin ich ziemlich safe hier. Ich glaube, hier liegenderweise finden die mich hier, glaube ich, nicht. Kann ich mit dich schnappen? Mit wem redest du? Ist da jemand? Nö, den haben wir. Perfekt. Den hat niemand mitbekommen. Some get moved. Wie cool, bitte. Möglich, dass wir so ungefähr in die Richtung müssen. Oh, da kommen noch welche... Dich machen wir weg. Aber da kommen noch oben noch welche vom Laster. Drei. Einer ist runtergehüpft. Und zwei sind noch oben. Oh, was mache ich mit euch? Ich könnte versuchen, den oben vielleicht... Soll ich? Einen Bogen vielleicht? Den noch? Ah, da war ich zu lang drin jetzt. Ärgerlich. Wenn ich euch halt jetzt erschieße, dann seht ihr das gegenseitig, oder? Dann wisst ihr auch, wer die Pfeile kommt. Das ist Blödsinn. Das machen wir lieber nicht. Da hinten Strom hat noch einer. Oh, der ist runtergehüpft. Perfekt. Perfekt. Oh, der kommt natürlich von beiden Seiten um den LKW. Kann ich dich wegmachen, bevor du ums Eck kommst? Das wäre natürlich cool jetzt, oder? Oh, wuck. Ah, das siehst du da hinten, stimmt. Du siehst mich. Siehst du mich gar nicht? Du hast mich nicht gesehen. Doch, du hast mich gesehen. Schande. Mit ins Glas. Oh, ah, aua, aua. Lass mich in Ruhe, du blöde Nuss. Echt? Ellen. Nein. Wir kraxeln hier wieder weg. Ihr habt mich, glaube ich, noch nicht gesehen. Ihr habt nur mitbekommen, dass ich da bin. Nee, heilen brauche ich mich gar nicht. Das hat gar nicht so wehgetan bei ihr. Ellen hat wohl nicht die gleiche Schlagkraft, wie der Kollege hier mit der großen Zweinart. Sie muss in der Nähe sein. Bist du dir sicher, dass du mich suchen willst? Geh doch einfach wieder weg. Dann muss ich keinem wehtun. Oh. Ah, wenn ich hier ums Eck gehe, kann ich aufstehen? Jawohl. Dich hole ich mir, Kollege. Au. Oh, oh, oh. Geh dich bloß nicht um. Jawohl. Ah, die Axt. Ich weiß, dass die echt wehtut, aber ich glaube, die ist saulangsam. Ich glaube, da behalte ich lieber meine. Die vier Schläge noch. Schade, dass ich diese... Diese... Wie nennt man das überhaupt? Diese Waffe, dieses geschwungene... Äh... Ägypterschwert. Keine Ahnung, wie das heißt. Nicht mehr hab. Das hätte ich schon gerne behalten. Ärgerlich. Okay, du gehst jetzt wieder woanders spazieren, bitte. Spiel mit, wenn du willst. Aber lass mich in Frieden. Ich bin froh, dass ihr wenigstens keine Hunde habt. Da kann man euch zumindest ein kleines bisschen verarschen. So, da kommt noch ein Kollege um den LKW. Den schnappt man jetzt auch direkt. Jawoll, ja. Und damit bist du auch Geschichte. Ich muss immer wieder sagen, wie beeindruckend ich es finde. Oh, Shotgun Huni. Dass sie... Also, dass in dem Spiel Ellie auch eine Mimik hat. Wenn sie zum Beispiel jemanden jetzt meuchelt, dass sie dann so halt angestrengt, angewidert, irgendwie so nicht so den Mund verzieht. Das ist so eine Kleinigkeit. Aber das fällt mir jedes Mal wieder auf, wenn sie so mit meinem Gesicht hierher gedreht ist. So, muss ich jetzt hier hoch? Ich hätte gedacht, wenn ich von hier komme, vielleicht muss ich da so hau ruck, oder? Nö. Da komme ich nicht weiter. In dem Fall. Wo geht es lang? Muss ich da rüber? Oder kam ich von da? Ich möchte nicht entscheiden. Ich glaube... Oh, da sind... Da ist nochmal jemand. Komme ich da jetzt nur zurück in das Gebäude, um das ich vorher rumgelaufen bin? Oh, der sieht mich, der sieht mich, der sieht mich. Wer sieht mich? Um Gottes Willen, reines Gebüsch. Ich finde das ja nicht gut, wenn die so gute Augen haben. Nein, er hat nur die Leiche wieder gesehen da hinten. Er hat nicht mich gesehen, der Lump. Spürt sie auf. Den Mund. Oh nein. Ich habe eine dumme Verschwendung von Pfeilen, ey. Oh, dich halt. Ich habe halt leider echt nur so eine periphere Ahnung, in welche Richtung ich muss. Oh, ich hätte wahnsinnig gerne einen Pfeil wieder, aber es war wohl kein Kopfschuss, glaube ich. Ist auch ein bisschen schade, dass man die Pfeile nur bei Kopfschüssen wieder bekommt. Tja, graxelt doch die Leichen endlich. Super, dann. Muss ich vielleicht da drüber oder so? Oh, was war hier noch? Wie lag doch gerade noch? Klebeband, sehr gut. Muss ich vielleicht da raten, oder? Da geht es auch nicht runter. Wo muss ich lang? Ich gucke mich jetzt hier noch ganz kurz um, aber ich habe irgendwie immer mehr das Gefühl, ich muss da rechts, wo ich vorher stand, weiter. Da oben läuft die Pappnase rum, wenn die weg ist. Der kommt doch nicht wieder, oder? Nö. Ja, die Pfeile sind auch schon von echt weit weg. Ja, machen wir uns nochmal hier durchs Gebüsch auf den Weg. Ich glaube, ich probiere es wirklich und hüpfe da hinten runter, wo der andere vorher gespawnt ist. Vielleicht geht es da ja wirklich weiter, oder kommen die hier hoch, hier ist niemand, oder? Ja, nö. Ja, aber das sieht schon für mich so nach so einem Checkpoint-System hier aus. Also ich sollte hier, glaube ich, runterhüpfen. Und von da aus komme ich auch nicht mehr zurück. Oh, der Lump. Kann ich dich jetzt einfach totschießen? Ist der andere, oder? Ja, der läuft da hinten. Ach komm, der war doch... Das wäre doch ein 1a-Treffer gewesen jetzt. Bitte. Schalldämpfer kann ich auch kein basteln. Ja, okay. In dem Fall bleibt mir keine Wahl, als euch im Handgemenge abzumurksen. Vielleicht, wenn ihr beide mal nach ganz hinten lauft, vielleicht kann ich dann in diese Deckung hüpfen, ohne dass ihr mich hört. Ich werde ein bisschen Kraft machen. Oder kann ich mir Flasche vielleicht... Aber das Problem ist, wenn ich die Flasche zu weit weg von denen werfe, dann hören sie sie nicht. Ich kann sie aber nur hier in meine Nähe werfen, also eigentlich... Ich probiere das jetzt. Oh ja, das gut funktioniert. Ja, ja. Reift ihr nur. Eklastiges Volk. Zwei Leute habe ich hier nur, oder? Oder hat der Rest nachgehüpft? Nö, oder? Zwei Leute sind hier. Oh, ich glaube nicht, kann ich mir das dann schnappen, oder? Wo ist der andere Kollege? Ist der im Haus? Und der hat gerade aus dem Fenster schaut, während ich den neuchel, dann ist fertig mit dem Schleichen. Oder ich probiere zuerst den im Haus. Das ist, glaube ich, die dümmste Idee, wenn ich zuerst den da probiere. Der geht eh woanders hin jetzt. Er stromert im Haus rum. Und im Haus habe ich eine gute Deckung. Das ist, glaube ich, keine blöde Idee. Das probiere ich. Aber das kann Lappen, oder? Jawohl. Oh, und Klingeln. Und Revolver-Moni, aber die bringt uns nichts. Mistolen-Moni. Ja, und dich schnapp ich mir jetzt. Das war's für dich, mein Freund. Wiedersehen. Der hat nichts gesehen, oder? Sagenhaft. So, gut, mit Klingeln wir gleich. Wobei, das Helfding nehme ich gleich mit. Oh, zwei Helfdinger. Oh, wir haben volles Leben. Sehr gut. Oh, der ist aber nah an der Tür jetzt. Ah, das ging sich aus. Perfekt, perfekt, perfekt. Hab dich. Sagenhaft. Schön leise. Du hast nur so eine komische Dange. Die will ich auf keinen Fall. Du hast einen Hammer. Den will ich auch nicht unbedingt. Ich wusste mal, wie diese blöden Schwerter reißen. Aber ich habe es vergessen. Ich komme jetzt auch nicht mehr drauf. Jedenfalls will ich wieder so ein schwungenes Schwert. So, ich schätze, ich werde jetzt da rein müssen. Aber ich schätze, dafür werde ich auch Krach machen müssen. Gibt es hier irgendwo eine Öffnung, wo ich nichts zerdeppern muss? Wirklich, ne? Oh, da vorne läuft ja, ne? Geh weg. Du willst nicht hierher kommen. Schade, dass du die Land gewinnst. Lässt dich aber auch Zeit, oder? Wahnsinn. Aber ich denke, der wird uns keine Probleme mehr machen. Da wird es auch geschlossen, wie es scheint, ja. Da könnte ich zwar unten durchkrabbeln, da komme ich aber auch nur im Freien wieder raus. Ich glaube, ich hole mich hier ins Gras. Das ist eine gute Idee. Und schmeiße es kaputt. Und dann sollen die kommen. Ich gehe hier in Deckung. Kommt da jemand? Jemand gehört? Wirklich nicht? Oh, ja. Sie nannten sie Schatten. Ja, perfekt. Crunch, crunch, crunch. So ein Schatten, wow. Ich glaube, ich hole mir da vorne, der war doch mal so ein Ziegelstein, oder? Den nehme ich mir noch mit, glaube ich. Den will ich haben. Voll. Gut. Wir sind allein. Uns hat keiner gesehen. Wir crunchen nochmal durch die Scheiben. Jawohl. So, laden. Da muss doch was zu finden sein, oder? Irgendein cooler Kram vielleicht? Oder warten hier nur fünf Klicker auf mich. Das wäre jetzt natürlich lästig. Da liegt wieder Schoki, aber die brauchen wir gerade gar nicht. Hallo vielleicht? Hallo? Hier liegt echt nichts mehr rum. Die haben sauber geplündert, die Lumpen. Und die zwei Schoko, die haben sie liegen lassen. Vielleicht sind es Diabetiker. Die mögen keine Schoki. Gut, okay, da ist eine rote Tür. Ich schätze, durch die müssen wir. Hier wird wohl das Level beenden. Oh, hier liegt noch. Lebelwand und Alkohol. Aber es reicht immer noch nicht für Schalldämpfer und Medkit. So was ärgerliches. Na dann, weg hier. Aua, aua. Hey. Kannst du mal aufhören mich zu erschrecken, Igor? So eine Scheiße, echt mit dir. Das schaut aber stark aus, oder? Oh, oh, oh. Von dem Hammer lassen wir uns nicht treffen, Freunde. Was meint ihr? Oh, oh, oh. Du bist doch noch schnell. Und du holst doch was aus. Oh, da hinten in der Tür. Du. Da ist noch einer mit einem Pfeil. Und steh auf. Oh, verflügt. Aua, Leute. Müsst ihr so übertreiben. Das ist ja ekelerregend. Aber das machen wir nicht nochmal so. Wir hauen. Ich habe eine Idee. Brenn, du Penner. So, ich kann mich um dich kümmern. Du fehlst jetzt. Du bekommst jetzt erstmal Schrot von mir. Lass nach, Ellie. Deckung. Ups. Ins Gesicht. Ja, ja, ja. Der fehlt. Und jetzt Deckung. Nochmal kriege ich so einen Pfeil ab. Ja, ja. Pfeift du noch. Aua. Woher weißt denn du schon wieder, wo ich bin? Das ist ja echt ein Witz. Okay, du fehlst. Perfekt. Nur noch den Bogenschützen. Und der hat, glaube ich, verloren, wo wir sind, oder? Weißt der noch, wo wir sind? Ich weiß, dass du da bist. He, 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 he. Ja, ja. Komm du nur. Ich helfe dir. Komm du nur hierher. Du Lump mit deinem Bogen, echt. Und weg mit dir. Jawoll. Molotows als Crowd Control. Ein kleines bisschen stolz bin ich schon da drauf. Aber es hat jetzt echt gut funktioniert. So, den Hammer könnten wir nehmen. Aber der hat drei Schläge. Und ist ultra langsam. Ich glaube, das ist nicht meine Art zu kämpfen, wenn ich ehrlich sein soll. Oh, wir haben hier noch Shotgun-Munny. Das sind genau die beiden Schuss, die wir gerade gebraucht haben. Mega gut. Aber weißt du, draußen hören sie halt jeden Schritt, den ich mache. Sofort stehen sie da. Hör, hier war was. Aber hier drin, ich prügel mich hier mit drei Leuten. Schmeißen Molotows, schießt mit der Shotgun. Ein Problem. Die Leute hier draußen. Völlig desinteressiert. Absolut nicht beeindruckt. Ich glaube, das war es jetzt eh mit dir. Ich habe immer noch so ein bisschen schlecht das Gefühl, dass gleich wieder jemand um die Ecke kommt. Aber ich glaube, so rein von dem, was ich bisher in der Spielmechanik mitbekommen habe, hat das jetzt eher wieder gewirkt wie so ein Szenenende quasi. Das wirkt jetzt eher so, als ob ich hier jetzt noch ein bisschen looten könnte und dann den Abschnitt beenden könnte. Endlich hier dann Schalldämpfer, Freunde. Wenn ich wieder fünf Schüsse lautlos in die Luft setze. Aber es fehlt uns noch ein bisschen was für ein Made-Kit. Aber Pfeile können wir uns basteln, wunderbar. Machen wir erstmal nur zwei Stück, vielleicht finden wir wieder irgendwo welche. Aber zwei Pfeile zu haben, ist besser, als sie nicht zu haben. Jetzt erstmal alle Waffen wieder durchgeladen. Wir sind vorher aufgefallen. Ich bin die ganze Zeit mit der leeren Schrotfunktion rumgelaufen. Das hat mich jetzt vorher ein paar Sekunden gekostet. So, jetzt sind wir wieder gut aufgestellt hier. Perfekt. Was haben wir hier noch? Oh, Gewärmung. Hier liegt noch Schock hier rum, aber wir haben volles Leben. Na gut, besser wird es nicht mehr. Dann gehen wir mal weiter, hätte ich gesagt. So, da das wieder so eine Aufschiebtür war, hätten wir vermutlich auch einfach den ganzen Kampf umgehen können. Aber dann war ich wohl nicht clever genug. Egal. Wir haben zwei Schüsse gebraucht, wir haben zwei Schüsse bekommen. Das heißt, wir stehen am Ende genauso da, wie wenn wir den Kampf umgangen hätten. Und die Schüsse nicht bekommen hätten. Also haben wir zumindest nichts verloren. Das ist ja... Das war jetzt vielleicht nicht die cleverste Art gewesen, da dran zu gehen. Aber auch nicht die dümmste. Was ist hier Schönes? Da geht es wohl weiter, oder? Was meint ihr? Ich glaube, ich schaue mich jetzt erst noch so ein bisschen um hier. Da kann ich, glaube ich, hochkraxeln, wenn ich das richtig sehe, oder? Was haben wir hier Schönes? Ein Büro. Lappen, Klingen, Schubladen. Oh, Klebeband. Sehr gut. Oh, ein neues Trainingsbuch. Organische Chemie. Witzig. Elfte Ausgabe. Theorie und Praxis. Was gibt uns das jetzt für ein Tree? Sprengstoff. Wie cool. Oh, und das ist auch... Das ist auch der letzte Tree. Das heißt, wir kennen jetzt zumindest mal alle Grundlagen. Jetzt müssen wir nur noch skillen. Verbesser die Sprengfallen. Verbesser die Molotows. Mehr Sprengfallen. Mehr Sprengpfeile. Wie cool. Ich glaube, Sprengpfeile werden mir später noch Spaß machen. Oh, wir haben genug Pillen dafür. Sehr gut. Das heißt, ab jetzt überstehen wir tödliche Treffer. Gut. Dann, sobald wir wieder Pillen haben, können wir uns überlegen, was wir als nächstes weiter skillen wollen. Dann schauen wir mal. Aber jetzt haben wir erstmal nur noch zwölf. Das dauert eine Weile, bis wir wieder was zu skillen haben. Aber jetzt sind die beiden Trees, die ich jetzt zwingend haben wollte, und jetzt erstmal fertig. Ist da drüben noch was? Kommen wir da rüber? Ah, vielleicht? Nö, hier. Hau ruf. Wunderbar. Nicht mehr klingen. Also hier ist echt ein guter Goodie-Raum hier. Also ich habe immer schon viel Zeug gefunden. Können wir unser Inventar mal wieder ein bisschen aufstocken. Wird immer wieder Zeit. Die Scars, die haben uns jetzt ganz schön was gekostet. Also die haben uns echt weh getan. Besonders diese Passage, wo wir uns am Anfang hinter dieser Erdwulst verstecken mussten. Also in der letzten Folge quasi. Das hat auch schon so viele Ressourcen gefressen, weil die mit dem Pfeil ihn halt echt so gut schießen. Okay, jetzt müssen wir wohl weiter hoch. Unten war im Treppenhaus war ja nichts mehr. Aber ich traue dem Frieden hier noch nicht. Wahrscheinlich bin ich gerade total paranoid. Hier ist glaube ich gar nichts mehr, aber... Irgendwie traue ich der Kiste hier. Ich habe immer... Ja, das... Das schaut doch... Da kommen doch Fixgegner, oder? Das ist doch... Das schaut schon wieder so nach Deckung aus. Überall. Boah, ich traue mich nicht. Ich will gar nicht. Was haben wir anzuschauen? Ach, es kann noch mal. Ist okay. Gut, wir wissen wieder wohin. Ey, hüpfen doch bestimmt gleich so... Wie so Clowns aus dem Auto. So zehn von diesen Scar-Leuten. Und hauen mir das Zeug um die Ohren, oder? Nö. Warum keine Sau? Ist das gruselig hier. Die ganze Zeit irgendwelche Leute um mich rumschießen. Und dann ist keine Sau da, wenn du sie erwartest. Das ist mega creepy. Unten wartet auch niemand auf mich. Ja, okay. Da habe ich jetzt die Flöhe husten gehört. Hier ist glaube ich echt... Nichts, was ich befürchten muss. Hier müssen wir uns ins Wasser plumpsen lassen. Aber wir haben ja gelernt zu schwimmen. Hau. Sehr schön. Prima. Ist da vielleicht wieder... ...in der Bushaltestelle wieder irgendwas zu finden... ...an Superhildenkarten oder Kram? Nö. Gar nichts. Dann wohl da lang. Aber da wollen wir glaube ich rein, oder? Aber das kann eine Türe geknastet oder ein Klicker, der schnarcht. Oh, hier ist eine Superheldenkarte. Sehr cool. Was haben wir gefunden? Badmandal. Batman. Batman. Oh, ein Bösewicht. Ein cleverer Bösewicht. Na gut. Hm. Gibt es hier sonst noch Goodies? Irgendwas zu finden für mich? Hinterm Tresen vielleicht? Oh, da ist doch was. Ein Brief. Tom, ich höre zu den unmöglichsten Zeiten Schüsse. Wir haben niemanden, der uns vor diesem verrückten Kult beschützt. Wir können nicht abwarten, bis die WLF uns findet. Wir müssen zu jeder Basis und uns ihnen anschließen. Ich habe schon ein paar vor der Team-Safe verstaut. Ich will jetzt die beste Route auskundschaften und komme so bald wie möglich mit dem Plan zurück. Pass auf dich auf. Oh, der Code 385523. Okay. Sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch einen Save zu dem Code. Der wird vermutlich hinter der Wand sein. Wollen wir hier sonst noch was? Oh, hier liegen Tabletten. Zusätze. Das ist kein Aspirin. Das sind Zusätze, haben wir gelernt. Oh, hier ist noch Plastik. Perfekt. Verdammt. Dann haben wir uns mal den Save fertig gehört. Irgendwelche Infizierten haben wir hier wohl auch nicht. Oh, das ist eine Werkbank. Sehr cool. Da haben wir einen Save. Das ist ein Zufall. Gut. Kombination, bitte. 38 55 21 Ich möchte an der Stelle stolz bemerken, wie toll ich mir diesen Code gemerkt habe. Oh, hier ist viel Fancy-Kram drinnen. Und Sprengstoff, aber der ist voll. Leider. Können wir irgendwas basteln? Nö. Medkit und Molotovs, die lasse ich jetzt erstmal auf zwei von mir. Weil, wenn wir wieder irgendwas finden, dann haben wir wieder Platz für alle Ressourcen. Das ist gut. Und wir können den ja immer noch bauen, falls wir danach mal wieder voll ist, Inventaren oder so. Gut. Dann machen wir mal Plastik. Dann schauen wir uns nochmal um, ob wir hier vielleicht irgendwelche Handwerksmaterialien noch finden, bevor wir an die Werkbank gehen. Ich glaube, jetzt ist es leer, oder? Gut. Dann wird jetzt Gewerk hält. Was könnten wir denn machen? Beim Revolver. Gut, das kommt noch auf uns zu, auf alle Fälle. Stabilität und Nachleitergeschwindigkeit. Oh, ich sehe gerade, den Bogen können wir auch aufwerten. Oh, die Spanngeschwindigkeit vom Bogen. Und die Stabilität. Was ist der Entfernungsmesser? Stabilität gibt. Ja, halt wahrscheinlich weniger verwackeln. Aha. Sehe ich dann die Entfernung am Fadenkreuz? Oder rechnet das Fadenkreuz automatisch die Entfernung gegen? Das wäre jetzt spannend zu wissen. Aber 80 Tools dafür? Ich habe 108, also 110 quasi. Und das kostet 50 und 60. Ich glaube, ich mache einfach die beiden. Dann ist der Bogen bestmöglich aufgewertet. Und wir laufen jetzt nicht unnötigerweise ewig mit, also sich 40 Tools rum, die wir nicht benutzen können. Ich glaube, das passt jetzt ganz gut zu. Spanngeschwindigkeit ist auf jeden Fall viel wert. Spanngeschwindigkeit und Stabilität lohnt sich. Ich glaube, die hat vorher schon ziemlich gewackelt, wenn ich länger gezielt habe. Perfekt. Gut, wir sind bestens ausgestattet. Wir haben aufgewertete Waffen. Wir haben volles Inventar. Ich würde sagen, an der Stelle mache ich für heute wieder ein kleines Päuschen. Wir sehen uns da morgen wieder und erkunden hier mal weiter den Weg zum Krankenhaus. Bis dahin, wie immer, danke fürs Zuschauen. Habt noch eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Mal.